Fuck! Ich wollte gerade anmachen. Ah, shit, man. Ulimisch. Kotzt ja jetzt irgendwas. Oder hat das was? Straight bekommen. Ehm, Straßlinderung, ja. Hatte ich viele gute Ideen. Ah, das scheint nicht immer bei uns zu... Okay. Den betäuben, wenn er nicht mehr rankommt. Ich hab mir ja der 12. Fünf bis zehn schaffe ich. Dann noch bis acht. Was bedeutet denn bulimisch für mich? So, ebenso. Ist ganz klar. So, hab ich aber der blutet. Jawoll, der blutet. Kampfgebrüll erstmal. Die Leute anbrüllen, die ja. Becher sind. Was sagt? Kann man das bluten, oder? Drei Schadenbrunner. Das steckt sogar. Was? Der bluten, mach ich jetzt mal ein Putz. Der bluten, mach ich jetzt mal ein Putz. Maintain the offensive. Ach, kritischer Heal. Nice. Müsst du halt mich mal Hirnstress reduzieren. Ist recht. Wirklich. Besser für mich. Den Quatsch wegmachen, wenn mir das Vieh vorkommt. Oh Gott, mit Stress. Oh oh. 99. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Könnte gleich was episches passieren, oder was richtig schlechtes für mich. Je nachdem. Komm. Wieviel hatten wir ja dann hast du noch? Zwei. Machen wir noch eine. Machen wir noch eine Stresslinderung, ne? Sie hinten wirkt jetzt endlich mal. Ne. Also hinter ihm wollen wir uns gar nicht so funktionieren. Alle anbrüllen. Lass sie mal enttöten? Vielleicht hilft das beim Stress. Das hilft's mal ein bisschen beim Stress. Oh. Vielleicht hätte ich da nie reingehen sollen. Ah. Fuck. Ähm. Ja. War dumm. Ich hätte da wahrscheinlich was anmachen sollen. Fuck. Oh. Jetzt geht's los hier. 100. Mutig. Es ist positiv ausgegangen. Nice. 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 Das war jetzt sehr viel Glück. Okay. Gegenregeln. Abenteuer heldenhaft auf Stress. Sondern bringen sie so lange mehr Leistung bis sie lagern oder ins Dorf zurückkehren. Zudem erhalten sie Werteboni und andere Vorteile. Das wäre jetzt mal wichtig zu wissen was das mutig als Vorteil bringt. Das seh ich aber irgendwo nicht. Das seh ich nur genug. So. Nicht mal vertäuben hier weil du nervst hart. Mit deinem ganzen Schaden den du austeilst. So. Verheerender Pfiff. Auf dich. Zeichnet. Geschwächt. Und mal alle Leute achten wenn die alle geschwächt sind. Nochmal. Dann. 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 10. Is auch noch. Zwei Punkte pro Runde. Und schon zum seh ich mich nie fandest du dir wie du das hast. D tril when her was ich auch noch undis ist ja geil. Halten von unten heißt der sowieso. Nicht wahr grob doch. Schützt euch, fürchtet nicht die Dunkelheit. Ja, du schützt uns halt gerade. Oh, die sind Stress sogar bei allen dann. Richtig nice. Konzt mich halt nicht an. Wir sollten weglaufen. Sorgenvoll. Der ist tot. Er ist verblutet. This is how a life is taken. So. Du willst jetzt zwei Schaden pro Runde, zwei Schaden pro Runde. Ich kann nicht meine Gruppenheilung jetzt mal machen, hier so. Alle ein bisschen geheilt. Ich muss nicht direkt angreifen. Neun Schaden, krass. Wie viel Schaden gesagt? Ah, war der, weil man will. Das ist ein bisschen Fußschaden. Es ist ein Nahkampf, der bis hinten durchgeht. War kaputt. Und machen wir jetzt. So. So. Die Stress reduziert. Das ist ein Momentum. Okay. Ich will hier noch kurz reingucken. Und unverschlossene Truhe. Dann gucke ich so rein. Alles gehört dir. Nice. Kann ich jetzt hier hinten noch reingucken? Wie viele Vorräder habe ich denn noch? Ich habe eigentlich nur acht Fackeln, Mann. Neun. Komm. Kann ich die Fackeln auch raushauen hier? Zack. Zack. In Radiance. May we find victory. Preu sind ziemlich langweilig. Okay. Oh. Hätte ich das vielleicht nicht tun sollen? Hetzjagd. Das war schön. Allen einen mitgeben und blutend lassen. Das ist ziemlich mächtig. Wieder Hetzjagd. Gift. Bäh. Clown. Das ist auch wieder. Die vergiften Übel. Das sehe ich schon. Dich ist es da nicht nochmal. Bevor du jetzt mit dir auch noch ein Gift reindrückst. Das reicht. Dankeschön. Und dann greife ich hier mal ab. Zack. Ein bisschen Gold extra. Eine trifftliche Glückwunsch. Nicht eine Glückwunsch. Nicht eine Glückwunsch. Komm hier. Woop. Mal ein Facken raushauen. Weiter geht's. Ähm. Hier ist nix. Okay. Dann gehen wir nach Hause. Ein paar Experimente. Das sollte nie passieren. Du machst nur Arbeit. Sie enden. Ja. Da habe ich ziemlich viel mitgenommen. Ziemlich kurze Quest. Naja. Pass das jetzt. Da habe ich hier noch ein Item. Arba Leste. Ein schien. Der Wachstum. Gewöhnlich. Plus ein Crit. Plus Crit. Nicht so schlimm. Wir 20 davon. Da habe ich echt viel zu viel jetzt. Bulimisch oder so hat er doch hier gehabt. Labyrinth hazard. Der kommt gerade aus Labyrinth. Dunkle Versuche. Neigt er zu sich mit dunklen Künsten beschäftigen. Meereshöhlen. Verschall auch. Verkunden in Meereshöhlen. Oh, nett. Und Level 2 ist er auch geworden. All the decadent Horrors I have seen. Pale in comparison to that final, crowning thing. Das ist nur noch eine heilige Vision. Willst du mich verarschen? Hat einen Tick wirksam behandelt lassen. Entferner Tick. Hier Remonia. Also, dann kann ich den auch mitnehmen. Das ist nur noch eine heilige Vision zurückgekehrt. Dankeschön. Danke. Dass ihr von der Suche nach dem heiligen Sinn zurückgekehrt seid. So. Schön. Knuffi, weil ich mal von dem Stress behandeln muss. Sonst futtert mir alles weg. So. Du darfst ja spielen. Dann gehst du mal spielen. So. Alter. Der muss auf jeden Fall in Sanitarium. Sanitarium. Meine Fresse. Der hat so viele negative Eigenschaften, ey. rückt nach Geld. Bisher sind von mir natürlichen mit Kunden und Künsten beschäftigen. Unverbreitungs vor allen Dingen weg, denke ich. Unverbreitungs raus. Das ist da. So. Jetzt habe ich jede Menge Level 1, aber meine beiden Level 2 sind nicht da. Das ist natürlich kacke. Aber das würde ich auch sagen, war es erstmal für mich. Danke für die Leute, die mir heute wieder gefollowt haben. Auch wenn es irgendwie nicht alle angezeigt haben, was ich ein bisschen schade finde. Ich sehe es aber im Mooboard gerade, weil ich da das Dashboard benutze, dass deutlich bis vier Leute gefollowt haben müssen und ich habe nur einen angezeigt bekommen. Hat irgendwie nicht richtig funktioniert. Aber danke fürs Followern. Danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich werde demnächst weiterspielen. Falls ihr es nicht schafft, dabei zuzuschauen, während ich spiele, ich werde das alles auf YouTube hochladen. Da könnt ihr vielleicht auch mal vorbeischauen und mir dort ein Subscribe dalassen oder ein Abo. Und dann seht ihr das auch auf YouTube und könnt dort zumindest verfolgen. was weiter passiert, wenn es euch interessiert. So, danke schön und bis bald.